moin moin hallo achte folgen aus ja ja auf jeden fall und wir wollen probieren jemanden zu halten der ist es auch viel vertraut moin so ich bin direkt am nether vorteil er tut es wunderbar ist von geschrieben schreibt es ist worden herrschicht durch die wohnung durch die wohnung der wohnung mit der kommentar vorgesehen 406 blöcke und die ich jetzt auf dem volk aus ich muss mir aus also wenn ihr anleiten ist haben so viel kürz ja und die wozu der beiden wird ein und bin nicht stark wir auch nicht sehr stark ja ich bin aufbauen er fragt was das kann ja auch erst mal one one fighten und dann ich kann ja laufen dort dort und Milosa erlaubt man dann auch ich meine seitdem das entgegenlaufen zu lassen ich brauche noch ein paar Ja, ich bin jetzt bei minus 209. Ich muss minus 3 und 15. Ja, der ist wahrscheinlich nicht mal gut, also... Nee, ist auch nicht. Deswegen... Deswegen will ich verhalten. Ich kann ja auch erst mal alleine, also ich bin gleich weit hin, wahrscheinlich erst mal alleine, weil wenn ich da... Ja, mal sehen, vielleicht krieg ich den auch. Ja, ich bin jetzt gleich aus dem Nether aus. Hier, ich glaube einfach mal, das war alles schlauend. Hinsen noch ein bisschen kalte? Oh, egal. Das schon. Ja, das klappt. Muss klappen. Ja, jetzt auch. So. Ich bin jetzt im Portal. Ja. Wenn ich Brom-Spam nicht den, ich hab jetzt ein Portal bogen. Warte, 800 und 1000 oder was? Minus 800.000. Minus 800.000. Minus 800.000. Minus 800.000. Minus 800.000. Minus 800.000. Okay. Minus 800.000. Minus 600.000. Never mind. Minus 600.000. Minus 600.000. Minus 400.000. Mein Gott. Also, ich bin gleich da, meine ich. Ja, das hat's los. ja er ist nicht erst noch etwa 600 600 also so ja ich habe geschehen hier liegt einfach was soll zwei prozent also das war für seiner wahrscheinlich mein gott was ja ja fischiert ganz viel weggeworfen der hat an das ist das habe ich erfahren also aus quälen nicht von fisch aus quälen hat hier feier 1 die ja nein ich habe jetzt ein backpack mit dem power 3 64 federn und das feiern nochmal das heißt einer kann sich schaffen feiern also wo bist du jetzt gerade ich bin gerade bei minus 500 nein nein ja warum nicht ja okay aber nicht dass er wieder in der scheißrichtung läuft nicht hinterherkommen wo bist du gerade um ich bin bei minus 500 hat und 400 also ich bin jetzt ja ich weiß ich bin jetzt 455 minus 470 und 410 ich bin ich bin eigentlich auch gleich da ich weiß noch 140 blöcke ja schon gut gut ja okay ja also wenn ich ihn sehe dann weiß ich du bist ja dann passt da also sollte klar gehen oder so finde ich ja ich sehe dich das wo bist du auch ja das war ja dann wahrscheinlich ist da hier weiter schon das habe ich dich verloren ja ich bin gerade bei minus 300 500 ja er war doch ich läuft doch jetzt auch zurück das macht eigentlich gar keinen sinn aber egal das sind am Ende sollte uns ja wir müssen einfach gehen und ja wenn er das macht darf er nicht er darf er entschieden haben und dann bekommt er das kommt bei dann juckt dem das projekt dafür ein neuer jünger was ist das für ein sport man das sind das ist einfach hier rein locken nehmen wir müssen weiter zu wir müssen weiter zurücklaufen stark wir müssen ja nicht auch das so gut hier ist doch das doch das gut davon ist das da wohl der egal gestanden da schon ich stand direkt da der 6 und das ist noch ein bisschen weiter weg da auch so 600 ja ja das ist jetzt 600 hat er geschrieben er hat geschrieben ach 600 oh gott dann müssen doch hier lang oh gott dann hab ich gekackt hab ich gekackt ja das sind 50 blöcke 70 40 hier auch glaube ich schnell wir können die hier auch schon finden sollte also hier im wald können auf die freie fläche liebten oder was aber steckt das hier was noch haben wir noch haben er wird wer so freie fläche kommt dann bleibt bleibt man da nicht dass ich überraschte so wenn ich habe ich habe das kommt ganz einfach um weil ich eben so reich ja auch die bäume auch für sich so dass du mich nicht äh auf der ecke kommt er hat ein hugo skirmes was ich würde wir haben mit dem Mund das ist ja praktisch und so für dich und Prozent und ja ich kann man empfehlen nur der Künder 4 Level der Künste ich könnte auch noch mit 6 Level Kürsten und die Treibs machen beim übernommen es hat sich jetzt auf der auswerfen doch gesinnt aber wir sind zum anderen zu müssen ja ich hab ein bisschen Angst dass er nicht kommt ja dann bekommen die Folge aber wieder ja stimmt, ich bin Lügen minus 430 auch wir sind bei 7 und ja wir sollten vielleicht mal ein bisschen zurück weil sie ein bisschen weiter hier ja ähm minus 450, 680 ich geh mal ja um die Freiflächen oh Junge mich nervt das hier, der Freifläche halt der Waste ist so Zeit, Digga ja der Kill wäre halt der Ei auf jeden Fall oder wie willst du, einer musst du wahrscheinlich jetzt einfach mal stehen bleiben wenn wir da ich wollte kurz auf die Freifläche gehen, aber ich den sehe gibt es gerade von den Kontext Ach, Eierlecken der bleibt, ist ja nicht weit weg, ist ja genau hier Digga Digga wirklich, so mach, was macht der denn so lang, what the fuck ehrlich, was macht der so lang das bin ich wirklich denn ein bisschen am Ende ist der irgendwo bei plus 400 dann dreh ich wirklich durch Digga nee, das ist dann auch so ein bisschen gemacht Digga, was? Digga ja, ich würd gern, dass er hat und es wirklich ich würd gern, dass er mal da sein ist, äh da sein würde ja eben hinter hinter dir schreibt er ja, aber hinter welchem? ah da gut ja, gut ja, gut halt's Maul, der läuft, der läuft, ist nicht ernsthaft, oder? ne, ja, ja, get the big, get ja, drauf, ja ja, drauf, ja ja, drauf, ja er macht schon damage ja, hat einmal er tief, ja, den kann ich tief ja, den kann ich tief ja, den kann ich glaub' ich glaub' es ja, safe hier drauf photo die Gertenspieler Martina so mit R for a wer geht jürfers wir zweiste das geht aufs ja am besten ja, warte ich bin halt und vielleicht um die zwei gruppeingüten nummer zu Klimawirur wir können zwei in Schatten und Mochen das ist so ja, ich würde die müssen werden beim Weichhau 5 bei der Erdnacht dass er zurückgehen kann und er weiß ich bräuchte ich bräuchte noch ein Händchen die Mieter noch einmal nicht auch noch ein für mich damit ich in der Mauer also und es liegt alles im Backpack von der Rüstung und von die Kürze sein also mit dem was der Krägerste 3 4 P3 machen das ist ja ich meine dass du mit der Rüstung ich wäre gut gemacht mit dem Jahr noch hast recht gemacht ich mir Blastbomben ja dann lass mal lieber Speer Helm und Speer Schuhe, dann mach lieber die anderen das ist doch jetzt gut aber dann können wir ja auch warum, wir haben uns nicht gedrängt und nichts gemacht ja einfach auf dem Prinzip wie es in Brussi ja wir müssen jetzt die nächsten zwei Folgen mit dem Nenner machen, dann können wir uns beide in Schaft 5 machen naja morgen können wir vielleicht noch die anderen fighten ja wir können und ich würde ich würde morgen auf jeden Fall nochmal fighten und dann auf die Folge darauf würde ich dann jemanden äh wünscht dann Nenner gehen wieder, oder? ja aber das ist ja gut, ich bin jetzt One Piece B3, das passt deswegen ist der andere denkt, dass wir One-Way-One fighten, aber wir fighten halt Two-Way-One ja deswegen sollten wir den halt auch safe bekommen mhm aber er hat dann zwei Gaps auch geüßt, aber Sheer, Nakivani und Leibniz haben halt neun Kills, sie sind echt viel zu safe, dass es jetzt wohnen muss ja, aber das Ding ist, äh, Fischer hat den ganzen Stuff und Zett hat den ganzen Stuff und die haben ihren Stuff auch, weil die verlieren den nicht das ist das Bodenlose daran, dass im Prinzip dieser Stuff jetzt komplett multipliziert ist ja, also an sich ist das Projekt, die hier sind auf jeden Fall Schiefdecker, ich sag ich hier aber ich, das Projekt soll Spaß machen, sag ich so ja, das ist ein Z-Ray-Varo, das ist ganz weird-Varo oder so ja, das soll Spaß machen, sag ich so, ich will noch ein paar Kills machen, also die wollen auch, weil ich möchte, wir beide noch ein Kills machen ich würde auf jeden Fall gerne ein Kills machen ja, na, ist auch mein Kills kommt, sag ja, du hast ihm aber auch viel mehr Hits gegeben ja und ich war auch gefühlt die Hälfte der Zeit im Wasser gewesen, dafür so was aufzunehmen ja ich habe auch anders schlecht gespielt ja, wir sehen uns natürlich was vor, dann laufen wir einfach in irgendeine Richtung haben wir eigentlich, hat denn er noch eine Diapicke irgendwie? ja, dann geht es mir weiter, dann mache ich mir halt nichts mehr, aber einfach, ohne aufzunehmen, und das sind der Richtung, wo ich war, war auch anders viel gewesen, der Kürze zu führen ja ja, auch in der Rückmeldung, und der Rückmeldung, und der Rückmeldung, Schatten von ausmassen, ich bin jetzt fertig auf Verschrumpen die Böse erschaffen von Fisch immer gesehen und seit meiner Zeit oder drei Bundeskanzler Fischer was scharf und die er verwendet auf den letzten Jahren verwendet er hat sich jetzt schaffend hier für heute hat es davon zettel ich weiß es sonst davon quillen und das bedeutet wenn die hat es auch gehört weil es hat es sich für die bekommen bedeutet haben das auch das ist nicht so gut wie die wohnen wirft wir haben nicht gestorben Prozent wenn es ist es gestorben bleibt uns und so weit bleibt uns überfall Prozent er war eine Packer zu ja auch hier der Welt Ja, wo wollen wir langlaufen? Äh, folg mal einfach. Wo bist du? Hinter dir? Warte, ja, einfach rechts. Das ging ja, ich hatte 4.09 in der Massenrack. Da bin ich hier über die Brücke gelaufen und dann war hinten voll eine Fläche, wo alles frei war. Hast du auch gelöst? Ja, ja. Ja, du lass einfach laufen, dann machen wir jetzt, ich, also, äh, da ist ein heiles und ein kaputzes Schad. Ich nehme einfach das heile. Es schafft hier mal nicht. Alles gut. Passt. Ja, dann mach ich mir Rüstung auf jeden Fall und Dockschard 5 auf jeden Fall. Dann sind wir, haben wir auch, keine Ahnung, mal mit Fighten, würde ich sagen. Ja, hier hinten ist gleich noch übelst viel. Wir freuen mich hier unten durch, ja, ne? Ja, ja. Ja, ich sehe noch, sehe ich keine Durchbrücke. Äh, ich war auch ein bisschen dran, dass sowas passt. Hier, safe finden wir noch safe, wenn wir viel sein. Ja, hier ist ja auch noch Quatsch, also, wie ich... Ah, hier habe ich mich hochgebaut mit den Stämmen, das weiß ich. Ja, hier ist ja noch Quatsch, das sieht man ja mal so. Ja, überall. Warte, 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 ich mache mir aber schon mal mit den Ambos, die haben wir gesagt, nicht? Warte. Ja, ich, äh, muss kurz... Ja, ja, passt. Ja, passt. Also, die 26 Leder können wir rausheffen. Jo, ich nehme kurz den Ambos und mache schon mal mit den Büchern die, äh, P2 Bücher, ne? Ja, ja. Schau wieder mal noch. Das heißt, ich habe schon mal zwei P2 Bücher. Warte, das heißt, das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist mal, äh, schau... Warte mal, ja, welches wirst du denn nehmen? Eins davon probiere ich hier auf jeden Fall. Ja, egal, ich nehme es auf eins raus, das ist ja eigentlich relativ egal. Ich hab... Ja, gut, danke. Dann nehme ich... Ich hab auch gerade noch einen Fall. Egal, äh...